Servus und Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Siggi Knickel, der Sendung mit Stil. Heute bauen wir eine Kanalisation mit dem Glas. Hallo zusammen und ich baue die Kanalisation, Sandro baut irgendwas anderes. Wir sind so vorbereitet, das glaubt ihr gar nicht. Das ist übrigens Folge 200. Kann ich kurz nachgucken? Das ist jetzt Folge 495 und ich finde vor 500. Folge, also in 5 Folgen, da müssen wir uns irgendwas Specialiges ausdenken. Sandro, sag was. Ich bin völlig unkreativ. Das ist so wie immer. Wir wissen noch gar nicht, was wir machen sollen zur Folge. 500. Fucking 500 Folgen haben wir jetzt schon. Und ich muss sagen, unser Server sieht immer noch nicht fertig aus. Viel zu wenig. Da, hier, seht ihr das? Das ist alles unfertig. Ich hab grad von den Augenkrebs bekommen. So. Äh, ne. So. Ich ziehe wieder meine Lines. So. Achja und ich werd mir übrigens, ähm, ich hoffe die Folge kommt jetzt nicht allzu früh raus. Okay. Ich kann schon ein bisschen spoilern. Wir haben ein Projekt geplant mit einem anderen YouTube-Kanal. Ne? Ich sag nur CSGO. Sandro? Du weißt das nicht mehr. Kann man gar nicht dazu. Okay. 274. Und ich werd mir jetzt CSGO nochmal kaufen. Allein damit ich wieder ganz unten anfangen muss. Und dass du wieder kein Geld hast. Das kostet 7 Euro. Ist grad runtergesetzt im Steam Sale. Ich hab kein Geld für 10 Euro. Ich hab kein Geld nicht. Äh, für Borderlands. Das wird 10 Euro kostet. Ja. Irgendwo muss man ja auch mal einen Schlussstrich ziehen. So. 51. Ziehe meine Lines. Oh. Warte, jetzt mach mal einfach passend. Hey. So. So. Soll die Kanalisation dann ins Meer münden, oder wie mach ich das? Also hier in den Fluss? Ja, das war damals auch so. So. Ist gleich Wasser drin. Boah, ich denk mit. Gleich auf der richtigen Höhe, ey. Das war gar nicht geplant. Äh, war geplant. War alles geplant. Gar kein Problem. Alles gefixt. Nichts. Hier, hier auch noch. Ooooooooh. Eing, oiu, oiu, oiu. Kiekaufgesang. So. Enfandro. Oh, warte. Was? Was? Ich hab nichts gesagt. Okay, hier müssen wir auch wieder... ...durchflützen. Bin ich eins zu tief? 61? 61? 61. Kann sein. Ja, da bin ich echt eins zu tief. So, zwar schafft er ich die Höhe. Ich muss hier drauf bauen. Zandro zählt gerade ab. Ich hör ihn flüstern. Was ist das? Kanalisation ist so geil. Ich geh steil. So, hier kommt wieder das hin. Damit die Kanalisation connected ist. Und ich hab schon wieder keinen Stein mehr. Nicht so geil. Wobei... Lass doch mal nachsehen. Ach dann! Na komm! Stein! Haben wir genug? Ich mach jetzt einfach mal, wie ich so denk, wa? Ja, aber brauchst bitte erstmal aus... Also, die Halle... Hätte ich schon, äh... Nein, ich mach das Schiff jetzt. Hast du gesagt, wir sollen das Schiff machen erst mal das Schiff jetzt? Ja. Aber mach's bitte nicht arg so breit. Weil das muss ja vorne spitz zulaufen. Du stinker! Weil ich hätte die Halle so gebaut, weißt du wie? Nein. Und ich will's überhaupt gar nicht wissen. Gut! Dann wär das ja geklärt. Forever alone. Warte, was ist denn hier der... Äh, 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 äh? Da. Hui! Erst ein bisschen Müll abladen. Ein bisschen Sand. Ein bisschen Dirt. So. Weg damit. Also, du kannst nicht davon ausgehen, dass das, was hier steht, abgerüstet wird? Du kannst davon ausgehen, dass du erstmal das Schiff bauen kannst. Alles andere drumherum wird bombardiert. Okay. Von dem klassischen... Von dem hängerschen Kackewerfer, den ich patentieren lasse. Genauso wie meine Kanalisation, die ich grad baue. Die ganze... Die ganze Kacke wird irgendwo gesammelt und dann in TNT-Kanonen verschifft. Also... Weggeballert. Guck mal, Mami, da fliegt dein Morgenschiss. Ah, Alter, meine Fantasie. So. Wo war ich hier? Dumm ist es, wenn einer einen flotten Otto hat. Dann ist es eher ne Nebelwerferkanone. Ha! Was? So. Mit ner MENGE Fantasie. Mit ner MENGE Fantasie. Mit ner MENGE Fantasie. Wenn du ne Menge L ist, die du in dich reingezogen hast. Dann kommt man auf solche Gedanken. Denkt mal darüber nach. Stolperst nach Gedanken. So. Da muss ich auch noch überall. So. An der Hauptstraße hat der gnädige Herr gesagt. Alles klar. Wie weit gehen die? Das ist ja gar nicht die Hauptstresse. Was soll's? Ah. Dann geht auch noch nen Kanal lang. Hier. Einfach um den Wohnblock herum. Damit's schön stinkt im Wohnblock. Ich geh erstmal Hose aufladen. Keine Energie. Das klingt irgendwie ein bisschen komisch. Ich geh mal Hose aufladen. Yo. Ballern. Ich schreib mich an wer, ja. Was? Wieso? Wunderschön. Und klatsche, klatsche, kuchen. Ich muss ja nämlich ein bisschen an den neuen LOL Launcher. Also weihnachtlich. Ein bisschen. Vielleicht nur noch dieses, dieses Glockenspiel. Weißt was ich mein? Dieses, was in je, was in jedem hänge. Ja. Natürlich. Das find ich auch gut, wa? Ja. Eierbommel zu Weihnachten. Oh. Gott. Äh. Hallo? So. Kanalisation. So. Hier um die Ecke. Du bist. D-de-de. 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 D-de-de-de. Die Musikkenn ich doch jetzt. Hä? Wann kenn ich die? Okay. Warte. Das sieht aus... Super Meat? Ne, das sieht aus ähm... Wir bauen eine Kanalisation. Es stinkt. Es stinkt. So, ähm... Ein Diamant da? Das... Easy. Easy win. Ja, so. Machen wir ein Time Set, ne? Was bedeutet das, Sandro? Wir sind schon wieder fast bei 10 Minuten. Das geht echt schnell. Ja, wenn man hier einen Scheiße fühlt, so wie ich... Da kenne ich mich aus. Was? Kappa. So. Ich bin wieder mobil. Sag dann, wie du's findest und ob ich's nochmal abreißen soll. Weiß ich's ab. Okay, okay. Wo ist das denn, Tee? Ich brauch das für Dinge. Ah, eine Kasse. Eine Factory. Okay. Ja, die Burg dann auch gleich mit abreißen, oder? Ja, klar. Okay. Hau weg die Scheiße. Oh, weg damit. Brauch nicht. Und da du letztens auf der anderen, ähm, Seite die Lampen so, ähm, asynchron gesetzt hast, weil du ja so richtig gut zählen kannst. Also, zumindest... Das Zoom auch noch hab ich gehört? Okay. Nein, schau ich... Schau mal, die Lampen hier auf der Hauptstraße, hab die auch alle voneinander weit, gleich weit entfernt. Wieso steht hier eigentlich ein Kürbis vor dem Pub? Weil der Kude ist, der Kürbis. Haben wir den zu Halloween dahin gepflanzt? Hä? Weiß ich nicht. Was ist das mit dem Pflanzen? Haben wir den Kürbis vor dem Pub an Halloween dahin gepflanzt und ich weiß es nur nicht mehr. Ja. Bist du dir sicher? Stell dir vor. Ja. Ist aber schon lange her. Das oder das? Ja. Ich darf alles. Weißt du doch. Ich bin Admin. Sowohl TS als auch Mannschaft. Doch. Ich hab OP-Rechte, ja. Ich darf alles. Ich darf auch zu viel abbauen. 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 Guck mal. Guck mal. Die Musik gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Ja. Mir schon. Nee. Die ist einfach. Die ist viel besser. Ernst? Ich finde die besser als so ein WBLBLBLBLBLBL. Was? So komischen Sound im Hintergrund. Und dann so ein Fiepen auf dem Ohr. Äh, Fappen. Fieken. Ein Fieken auf dem Ohr. Ein Fiepen. Okay. Ich weiß, was du... Ein Fappen auf dem Ohr. Warte. Gott. Sieht voll modern aus. Soll es aber gar nicht. Es soll nach Scheiße aussehen. Da ist Scheiße drin, deswegen muss es scheiße aussehen. So, ein bisschen vor. Musiker nicht auch. Wie oft haben wir die schon gehört in Minecraft-LP? Wahl. 25. Beste Antwort. Hey, Herr Lein. Tee, welche Farbe soll denn das neue Album haben? Hmmmm. Rot. Boah, das war jetzt voll anstrengend. Kennst du das? Ich fand schon. Hä? Dass du sich eine Farbe ausdenkst, ist das wirklich? Hm. Ich find die Verarsche so geil. Ich weiß nicht was. Ach, das ist von Hand of Blood. Ist mein Löwenkirn-Pulli schon da? Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ich hab grad irgendwie an Scheiße gedacht. Oder musste ich an einen Lion-T denken. Was? Hat er nicht gesagt? Wenn ich jetzt noch einen Einspieler hätte, dann würde ich andauernd dieses, ähm... Kennst du das da, wo diese Schwarzen im Halbkreis um einen rumstehen? Und die machen alle so... OOOH! Bukkake? Ja, genau das. Ja, kenn ich nicht. Weiter. Und falls du das nicht wissen solltest... Aber erzähl mir doch mehr darüber. Also, Bukkake... Also, es kniet sich irgendjemand in die Mitte und außen rum, ähm, stehen nette junge Männer. Die hilfsbereit sind. Die dir hilfsbereit, ähm, Lolli ins Gesicht halten. Oh, das klingt so. Ja. Hey, ich wusste vor 300 Episoden, äh, folgen auch nicht, was es ist. Du hast es mir damals erklärt. Okay. Die ist Minecraft-Builded. Ja. Minecraft-Builded, ja. Schaut unsere Let's Plays. Kann man nur was lernen. Ich glaube, unsere IQ hier ist... Immer noch höher als ein Standard-ATL-Programm. Oh, voll... Vorbeigeflogen. Also ein Viertel Toast. Hm? Was? Was? Wer bist du? Deine Oma. So, wie sieht das hier aus? Nein. Meine Oma ist aber nicht so hässlich. Ich bin nicht hässlich, ich stink doch nur aus dem Mund. Ah, geil, diese Selbstdinn. Wir stinken nur. Wir stinken, wir stinken. Oh ja, Spongebob. So. Ich habe übrigens mal einen Kommilitonen gefragt, ob er Scrubs kennt. Dann hat er gesagt, nein, kennt er nicht. Du kennst doch Scrubs, oder? Also du. Das ist Scrubs. Wo bist du? Wo ist denn das Warpel-2-Sort? Ich muss nochmal das austesten. Wo bist du denn? Ah, Hallöchen. Ich habe gehört, du willst denn eine andere selber ins Gesicht? So. Ich bin dein Vater. Huyong. Ja. Tauchstation. Das war doch ein dickes Boot. Das wird noch größer nach oben. Ich hoffe, du verdrängst das Wasser nicht allzu sehr. Weil das fließt ja nicht über dem Wasser. Ja, aber trotzdem musst du ja irgendwann... Ich habe mitgedacht. Du brauchst eine römische Galerie. Besser. Schöner. Captain, Land in Sicht! Land, ahoy! Was ist es? Es ist Hangertown. Was? Oder Gamble City. Hier wird von morgens bis abends... Äh... Glücksspiel gemacht. Genau, wir brauchen noch Casino. Fällt mir gerade ein. Ja, mach doch mal. Ja, dann nach einem... Nein! Wie kommt das... Das Schwein! Wir wurden geentert. Was? Ist das ein Schwein? Komm, lauf mal weg hier. Die Sau... Also, also... Du weißt, ähm... Gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, und wie kommt das hier rüber? Ja, hallo! Es ist... Spiderpick! Spiderpick! Macht, 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 was ihr meint. Spiderpick mal. Erfrischendes Pisswasser. So, abends aller Quelle. Diese Sendung wurde präsentiert von... Alpenteller. Alpenz... Ne, wie heißt er? Alpenzeller. Stinkt nicht noch nach Käsefüß? Schmeckt doch so! So, aber ich weiß, was mehr stinkt. Nämlich meine Kanalisation... Hat er nicht gesagt. Oh, was? Okay. Darauf werde ich nicht eingehen. So, und wenn jetzt hier jemand in der Mitte des Weges geht, bekommt er die volle Dröhnung von beiden Seiten. Ach, da kommt doch ein Weg. Okay. What the fuck? Ja. Ich finde den Greifvogel im Hintergrund so geil. Ich finde dich geil. Kannst du dich doch hoffen. Wollt extra Fitness. Ballern. Nein. Ja. Ganzkörper. Machst du Bauch oder ne Botti? Kommt der Typ mit seinem Baseballschlick um die Ecke. Machst du Beine? Es gibt ja dieses Phänomen, dass die coolen Kids... Das cool habe ich jetzt extra dumm betont. Ich weiß, dass man das nicht so ausspricht. Die coolen... Dass die nur Oberkörper machen. Weil man ja in der Disse nur den Oberkörper zeigt. Äh. Äh. Was? Tja. Und... So. Ich mach Beine. Jetzt kommt der Typ mit seinem Baseballschlick um die Ecke und verdrescht mich. Weißt du, machst du Beine? So. 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 Puh. Das wird schon wieder Nacht. Ich weiß. Weiß. Was das bedeutet? Wir sind bei 20 Minuten. Aber die Musik lässt sich noch ausklingen. Das heißt, jetzt erstmal... Äh. Ich brauche die hier, oder? Oder sind es die ganz... Ach, das sind die ganz kleinen. Die brauche ich nicht. Oder? Fällt mir da durch? Ha! Das ist scheiß Wasser, ey. Das nervt mich jetzt schon. Hm. Die ganz kleinen brauche ich nicht. So. Müll, Müll. Müll, 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 Müll. Boah, boah. Five set. Hab ich noch welche? Ja, komm. Zack. Zack, 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 zack. Zack. Jetzt wird erstmal wieder ein bisschen gefräst. Gehobelt mit Hänger. Äh. Wo sind die? Da. So. Das noch einmal kleiner machen. So. Heute wird gehobelt. Mit Hänger, boah. Ja. So, das sind jetzt die richtigen, hoffe ich. Die kann ich wegschmeißen. So, lass sehen. Yo. Die sind nicht zu dünn und nicht zu dick. Genau richtig. Klingt schon wieder ein bisschen ververs. Was denkst du denn schon wieder? Hör auf damit. Ich denk nicht. Nicht du. Ich mach nur. Doch, nicht du. Unser lieber Zuschauer. Der denkt doch immer zweideutig. Keine Ahnung, General. Das war jetzt nicht zweideutig. So. Dieses Löwengebrille im Hintergrund. Wuuu. Richtig, voll aus der Fassung. So, hier. Gehen wir um die Kurve. So. Da kommt ein Weg gerade. Bei mir die Bongo-Trommeln. Die reißen es raus. Ja, aber richtig. Das zeig ich dir. So, das war es mit der Musik. Ich würde sagen, bevor wir an der Kanalisation weiter basteln, sehen wir uns erst in der Folge. Bustelbustel. 496 ist wert es dann. Wenn es wieder heißt, Let's Play. Mein sich prüft. Hier stinkt es gewaltig. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Servus. Feuer. Dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.